Komm schon, jetzt irgendwas geiles. Komm schon, let's go. Lele, now we're talking und... Oh! Moin moin, meine Freunde, ich grüße euch. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin's. Willkommen zu einem Alpha-Pack-Opening. Ja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall werden wir heute ein Alpha-Pack-Opening machen. Wisst ihr ja nicht, wie bescheuert es ist, Hallo zu sagen zu so einer Cam? Also ihr seht ja mich. Ja, ich bin ja da. Aber ich, ich seh nur sowas hier. Nichtsdestotrotz, gönnen wir uns ein paar Alpha-Packs. Ich würde sagen, wir tippen mal direkt, meine Freunde. So, da sind wir. Ich lasse die Facecam da. Und ich würde sagen, wir gönnen uns 54 Alpha-Packs. Warum? Warum auch nicht. Einfach mal ein bisschen schön hier Alpha-Packs aufmachen. Los geht's, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir gönnen... Nein, 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 nein. Das ist ja cool. Ehre für mich und Ehre für euch. Hä, Lul. Alter, wie geil ist das denn? Ich finde die Waffe voll witzig. Okay. Oh mein Gott. Lul. Also ich bin nicht so ein Black-Eyes-Fan, aber auf der Waffe ist das schon nice. Ja, fresh, Alter. Ich müsste euch ein dickes, dickes Clickbait machen. Oh mein Gott, Black-Eyes. Und dann so. Machen wir aber nichts mit einem ganz normalen Sun-Nail. Ihr wisst, was ich davon halte. Nächstes Alpha-Pack. Let's go. Oh, das fängt doch schon mal gut an. Mh. Lecker Schmecker. Äh, grau. Okay. Brauchen wir nicht. We don't need it. We don't need it. Oh, lecker, lecker. Abdruck. Nein. Brauchen wir auch nicht. Definitiv nicht. I mean, who needs that? Nobody needs that, isn't it? Ähm. Nächstes. Dazu, ich dachte eigentlich, um, ehrlich zu sein, dachte ich, äh, ich hab die schon. Die habe ich, Duplikat. Sehr geil. Ich finde Duplikat sehr geil, muss ich sagen. Wegen sehr, sehr viel Ansehen. Toi-Zeit noch haben wir auch. Okay. Nicht demotivieren lassen, wir schaffen das. Das wären schöne Alpha-Packs. Nicht, äh, ja. Puh, der Konzentration. Ja. Okay. Ähm. Ich würde eigentlich sagen, äh, wir lassen das an der Stelle. Ja, bringt ja eh nichts, diese Alpha-Packs, würde ich sagen. Also, weiter geht's. Äh, let's go. Hier, komm, bitte mal. Och, mach doch mal was Gescheites, Mensch. Nun, das finde ich sogar ganz cool, aber das haben wir halt schon. Gut. Ah, Ehre genommen hier, ne? Wie auch immer. Och, grau, grau, grau. Och, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, Paradies. Das ist, wenn das das Paradies ist, dann will ich in die Hölle, Alter. Ohne Witz. So, nächstes. Komm jetzt. Bitte mach hin. Mann. Ich bin eine böse Katze. Blau, okay. Blau, man freut sich, wie Simon letztens gesagt hat. Man freut sich, meine Güte. Oh Gott. Ich hab dafür, äh, wie viele Quedits ausgegeben für dieses, für diese Toy-Tarnung? Oh. Komm schon jetzt. Och, du heilige Scheiße. Och, nee. Und die, auch blau interessiert mich nicht. Die hab ich auch schon. Okay, ich krieg wenigstens ein bisschen Ansehen. Oh. Ja, genau. Gelb, grau. Och, nee. Ganz ehrlich. Das ist scheiße. Mann. Hä? Komm schon, jetzt irgendwas Geiles. Komm schon. Let's go. Lela, now we're talking. Und... Black Ice. Black Ice. Black Ice. Black Ice. Black Ice. Ehre für Black Ice. Finde ich geil. Finde ich geil, dass ich... Weil ich sammle mittlerweile. Ihr wisst ja, ich hab alle Black Ice damals gekauft, die man kaufen konnte. Und somit sammeln wir gerade sehr, sehr geile Black Ice. Hypochon. Okay, das finde ich witzig. Finde ich gut. Finde ich ein gutes Pack. Finde ich ein gutes Pack. Muss ich sagen. Ehre für das. Oh, hab ich schon. Das ist aber wirklich episch. Ich finde die Tarnung richtig cool. Um ehrlich zu sein. Ich sag immer, um ehrlich zu sein. Grau braucht kein Mensch. Oder Gelb. Oder Lila. Sonnenbrand ist sogar witzig. Aber hab ich schon. Boah, ich hab ja... Ich glaub, gefühlt 10.000 Ansehen schon wieder allein durch den gemacht. Hä? Was ist denn das? Was ist denn das für eine Tarnung? Was soll denn das sein? Da sind Augen drauf. Ach, du heilige Scheiße. Also wenn du so in den Krieg ziehst, dann wirst du von deinen eigenen Kameraden erschossen. Wegen diesem Skin. Tarnung. Bemalung. Mandala. Na gut, weiter geht's. Oh, oh, oh. Legendary... Kann ich bitte Beatboxen? Hey, das ist die legendäre Uniform für Rook. Und um ehrlich zu sein, find ich die ganz okay. Ich find die ganz okay. Ist jetzt nicht mega nice, aber ist ganz okay. Also für legendär, naja. Blau, sehr geil. Ich muss mal sagen, Alphabax aufmachen, macht Spaß. Hä? Ist das denn? Soll das ne... Ist das ne... Ne Fliege? Oder ist das ne... Ne Libelle? Oder was ist das für ein Scheiß? Ne. Oh. Oh, alter, alter. Grau. Ja, grau. Kennen wir ja. So. Gewebe. Mhm. Ja, genau. Ist echt traurig, dass man zweimal Gewebe zieht, oder? Ja, Cola ziehe ich auch zweimal. Hm, klar. Ich weiß gar nicht, wie viel Alpha Pack wir sind. Ich ratter da einfach mal durch. Ja. Einfach mal, let's go. Merkt schon, ich bin auch ehrlich, Rumpf. Okay, ich fand Rumpf damals eine der besten Tarnungen für Black... äh, für Blackbeard und, ähm... seine DMR und seine, äh, MK18. Äh, mittlerweile gibt's halt bessere Sachen. Ich hab mir damals sogar extra Rumpf für die MK18 gekauft. MK18, gell? Ja. Ihr merkt, ich bin jetzt hier nicht so, bei jedem Alpha Pack gehe ich ab wie Schmerzkatze. Wah. Weil, ich bin ehrlich, ihr wisst ja, was ich jetzt nochmal mache. Ich schauspiele ja nicht, sondern wenn ich mich freue, freue ich mich. Wenn ich was Kacke finde, finde ich es Kacke. Firefox. Meine Fresse. Ich hab nicht mal mehr den Browser. Ich benutze Chrome. Ja, äh, okay. Stell dir vor, ihr nehmt diese Tarnung her. Ich glaub, man sieht euch vom Spawn sieht man euch On-Spot sitzen. Weil das so leuchtet und so farbenentätig ist. Genau, brau. Boah. Hatten wir denn nicht gerade eben? Ich ziehe den gleichen Skin im gleichen wie Scheiße, alles Kacke. So, ja, Turbine, genau. Äh. Ja, äh, ich glaub, wir hatten zu viel Glück mit zweimal Black Ice. Oh, nee. Ist das langweilig, Mutti. Umrisse. Wer macht denn diese Skins? Blau. Äh, Lichtblick. Ich hab die doch schon. No way. Can't be true, isn't it? Wie geil ist das denn? Also, das sind alles Waffen, die niemand spielt. Okay, die von, äh, von Mute schon. Aber trotzdem ist das cool, dass ich dreimal Black Ice hab. Das find ich schon nice. Das find ich schon nice, am Echt zu sein. Das ist schon nice. Das ist schon nice. Lieb Per T. Ah, 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 Liebte. Also, äh, praktisch, äh, hier, äh, Freiheit. Also, egal, wer den Skin gemacht hat, dem keine Freiheit. Danke. Ja, genau. Gelb, Grau, komm, komm her, die Schatz. Was? Nein! Willst du mich verarschen? Zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal die gleiche... Blau. Okay, komm. Give me. Boah. Brille. Okay, also, die Mütze sieht ja mal voll kommunistisch aus, irgendwie so. Ne, hier so, äh, Finde deine sieben Dragon Ball. Bum. Finde deine sieben Dragon Balls und eure Wünsche werden wahr. Findet deine sieben Dragon Balls hier? Aber die Brille sieht ja mal fresh aus und sie sieht ja vielleicht mal fresh aus. Ach du heiliger Shit. Du bist sehr geil. Du bist super geil. Was hat denn die da hinten? Bäh. Der hat da voll die Eksteme hinten. Bäh. Juch, seht ihr das? In den Haaren? Bäh. Pui, geh weg. Ih, ich spiel den nie wieder. Hab's eh nie gespielt. Hallo. Lul. Lul. Ja, bitte warten. Er muss ja mal... Oh. Hey, wenn jetzt nochmal... Okay. Ja, er lässt mich nicht mal... Er lässt mich nicht mal moderieren. Ja, Handeball, herzlich willkommen. Guten Morgen. Juch, gefühlt tausend Alphapacks hier. Weiße Maske, den... Oh, Anhänger finde ich cool. Ich sammle gerne Anhänger, wisst ihr. Ja, genau, komm her. Strawberry Fields. Ja, so schaust du aus. Siehst immer top aus. Nein, wir haben bald wieder 25.000 ansehen. Da können wir uns ja noch mehr Alphapacks fangen. Pugengas. Was ist denn mit deinen Augen, Digga? Lul. Herr, schaut aus wie eine Frau. Herr, schaut aus wie eine... Herr, Lul, irgendwas stimmt mit deinem Kopf nicht, Digga. Weiter geht's. Blau. Hm. Also... Kolben. Ja, du bist auch so ein Kolben. Ich glaube, ich habe mir von diesen Munitionsarten, die man als Anhänger haben kann, genau eine gekauft. Und die habe ich jetzt als Duplikat. 530 auf meinen Nacken. Ja, klar. Also keine Ahnung, wer solche Zahnungen macht. Wer so eine Zahnung macht, der hat einen Papagei im Arsch. Unter Wasser. Ja, da gehört es auch hin. Episch. Was ist denn mit deinen Augen, Digga? Erinnert ihr euch? Ja. 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 Tattoo. Wie viele Duplikate es gibt, das ist ja wahnsinnig. Ja, gelb, grau. Also mir ist mittlerweile grau, gelb lieber, weil da kriegt man wenigstens nicht so oft Duplikate. Auch wenn es jetzt hier wieder eins war. Ich habe 30.000 Ansehen. 50.000 kann ich mir doch später ein neues kaufen. Nein, keins hat keinem. Pyramide. Hm, ja. Alles klar. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ist der Skin selbst oder die Namen immer dazu? Wallis. Ich brauche Wallis nicht, weil wir haben schon unsere Grubenfotze. Was ist denn mit deinen Augen, Digga? Oh. Ja, Gott sei Dank. Kann man sich jetzt theoretisch ein neues kaufen? Fünf Packs könnten wir theoretisch noch kaufen. Ne, wir sparen wieder, meine Freunde. Wir sparen natürlich. Das war es jetzt auf jeden Fall. Erstmal mit Alpha Pack Opening. Ich könnte mich ja nicht wieder auf groß machen. Bis gleich. Bis gleich. Da bin ich. So. Also Resüm, Resüm, Re, Resüm, 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 Rekapitulation der vorhergegangenen Situation. Äh. Es war okay. Ich würde sagen 3 Black Eyes. Dafür, dass ich Black Eyes nicht so ein Fan bin. Aber ich finde es cool, wenn ich die Sammeln. Weil ich habe ja damals die ganzen Black Eyes gekauft. Und jetzt sammle ich noch die restlichen. Äh, ich kratze mich wie ein Affe. Ja, ich denke, das ist eine freshe Sache gewesen. Doch. Ja. würde ich sagen. Oder? Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Und mich freut es. Ihr wisst das. Ich sage sowas nicht, wie man normalerweise sagen würde. Mach ich nicht, weil ich es noch nie gemacht habe. Wenn es euch gefällt, gefällt es euch. Perfekt. In diesem Sinne, ja, wir hauen rein. Ich haue rein. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder 180.000 hier ansehen haben. Es waren ziemlich viele nicht so schöne Sachen dabei. Waren aber auch ganz gute Sachen dabei. Ich habe schlimme Sachen erfahren, dass Leute schlimmere oder weniger geile Sachen bezogen haben. Meine Freunde, haut rein. Macht euch einen freshen Abend, Morgen, Nacht, wie auch immer. Und wir hören uns, sehen uns im Stream oder zum nächsten Video, wie auch immer. Haut rein und ich habe gar keinen Spruch, den ich sagen könnte. Das könnte ich mir für den Spruch einfallen lassen. Ich habe keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Und tschau. Wir haben eine A-S-H. Okay, wir müssen die Gegner immer buchstabieren, ja? A-S-H ist drin. Bei mir ist glaube ich T-W-E-T-C-H ist bei mir habe ich T-W-E-T-E-C-H ist tot. Rät euch nicht? Bei mir ist J-A-K-A-L ist auch down. Noch ein Gegner bei mir. IQ ist down. Nein, sie hat nicht IQ. Ist bei mir. Tja, nein, was? Oh mein Gott, wir haben gelost. Weil ich gesprintet bin, Digger. Ich bin jetzt nur zum Sprit gewohlen. Kein, bitte eigentlich ist da. Wir haben sich komplett Wir haben sich komplett verbumst.